. Es ist wichtig, dass wir immer zusammenhalten, uns immer motivieren, egal was passiert. Einfach immer weitermachen. Wir wissen, was wir können, dass wir Fussballer stark sind. Jetzt müssen wir unsere Stärke weiterhin umsetzen, und dann kommt das gut. Ja, 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 ich kann es nicht hören, weil ich als Stryker versuche, ich versuche, mich selbst in jedem Spiel zu pushen. Oras und das Team empfehlen mich auch, der Trainer. Wir müssen unser Bestes machen, und ich muss viele Goal scoren. Weil ich jetzt ein Goal scoren habe, und die Hoffnung ist immer höher. Ich versuche immer mehr, und die Team gewinnen. Das ist die wichtigste Sache. Wir arbeiten hart, und am Ende des Tages, wir gewinnen. und die Team gewinnen. Wir müssen das mit dem Spiel auswärts in Genf immer schwer sein. Wir müssen das mit dem Spiel Aber wir gehen jedes Spiel genau gleich an. Wir wollen unter den Wochen immer konzentriert trainieren, wie wir das auch in dieser Woche angegangen sind. Ja, wir werden alles geben, um wieder auf die Siegerstrasse zurückzukommen.